und damit willkommen zurück zum mental omega wie gewohnt schneller machen unser erstes wir sehen uns zielen deswegen haben auch die spione und die hunde so wir zahnen die schon mal die runde packen wir erstmal hier vorne hin weil hier oben ist noch ein schäferhund vom alliierten erstmal die alle weglocken hier oben ist auch noch einer ihr sollt hier unten lang laufen macht sinn das tor ist offen die konnte nicht durchlaufen noch gut der ist weg ich konnte durchlaufen die runde dann hier vorne können sie später eventuell noch helfen dann fängt das gefühlte über rennen hier an sehr schön so dass wir warten bis die alle weg sind gut den ersten gehen sich mal durch kann ich euch nur empfehlen das zu machen ganz einfach zack drin oh jetzt mit unserer mbf die ölplattform erstmal so stehen erstmal die oberen beiden einnehmen und das geschützt hier jetzt hörst du schnell bauen jetzt hörst du schnell bauen ich kann es hier will ich bin jetzt ich bin du 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 Ich hab hier noch Scheiße gebaut. Oh, Strom müsst ihr aufpassen. Kaptur. All ready. I will go. Repairing. Construction complete. Kaptur. Dann kommen sie jetzt schon zu Anfang mit Prisma Panzer an. Schon geil. Das ist schon geil gemacht. Echt, da kannst du jede Runde in die Tonne drehen hier. Einfach nur ein bisschen Verteidigung aufbauen und ich werd nicht gelassen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Lass mal nicht mit stressig anfangen. Jetzt kann ich das Radarsch wieder neu bauen. Ihr wollt euch doch verarschen. Ja, fahrt ruhig durch. Es ist sowas für Scheiß egal, wenn ihr durchfahrt, ne? Soll das bei euch heilern. Ja, war ja klar. Ja, wird mal locker. Konstruktion complete. Reinforcements have life. 4 Minuten remain. Unit ready. Building. Kann nichts Strom fürs Zwergen verbauen. Konstruktion complete. Building. You cannot report here. Building. 3 Minuten remain. Unit ready. Skate rating. Konstruktion complete. Our base is under attack. Repairing. Building. 2 Minuten remain. Training. Select target. Konstruktion complete. Building. Select target. Lasschen schmeißen wir. New construction options. Repairing. Konstruktion complete. Unit promoted. Our base is under attack. Our minders under attack. Unit lost. Unit lost. Unit lost. Na, sind die Sniper da oben drin. Unit lost. Reinforcements have life. Unit lost. Our base is under attack. Unit lost. Kommt doch mit. Macht es in den Seals, auch Sonder drauf gehen Also hier hat nochmal ein Grafiken drin Habt ihr keine Chance in solche lächerlichen Einheiten da was? Meine Güte Schuss Das ist sehr gut Hier kommt der mit hier hoch Okay, kann man nicht gucken Jetzt mal Fokus auf unseren Zielen Noch mal ein bisschen Flugabwehr irgendwo hinsetzen Ja, die Sammler sind so selten dämlich, sie sind einfach nur selten dämlich Das ist noch mal da unten Mit Wollen wir schon mal übernehmen, den Bereich Ja, sie sind auch so schwach Ja, sie können sich heilen Kommt von uns Kommt von uns Wir kommen mit, komm Hier ist wirklich viel, das ist jetzt echt viel los, hier muss ich euch auf so viel konzentrieren Knöp mal, das kann weg, das kann auch weg Oh Leute, nervt mich doch nicht mit dem Scheiß Ich muss erstmal was unterbinden, dass wir keine Verstärkung bei uns in den Lager reingesetzt bekommen von den Gegnern. So, was sind meine Engis? Hier kommt man mit. Ich zieg mal mit hier oben hin, mit beschützen. Besser noch wäre hier unten. Ah, die V-3 bockt dann gerne nicht dringend. Die auf tierisch einen Arsch gerettet haben. Und auch da wieder günstige Sachen hinstellen. Ja, kommt man mit zum Beschützen hier hin. Und der Platz kann noch hier vorne. Ja, ja, ja. Oh, meine Ohrmeiner, Ohrmeiner. So, die Flugabwehr muss komplett weg hier. Die Grand Canyon müssen alle weg. Wir müssen uns irgendwie hier durchbahnen. Und dass wir die ganzen Sachen hier kaputt bekommen. Sieht immer alles einfach aus. Hat mit verdammt vielen Verlusten zu tun. So, die gehört uns die Raffnerie. Raffnerie. Öl hat von. Mach keinen Scheiß. Das darf niemals aufhören hier. Zwei, zack, zack. Zwei, zack, zack. Zwei, zack, zack. Zwei, zack, zack. Alle Sammler weg. Units lost. Unit ready. Unit ready. Gut Kollege, schütz dich mal! Das ist ganz beschissen jetzt hier. Gucken, wie weit die Kollegen hier reinfahren. Dieutschracken werden immer wieder in die Welt in die Welt. Gehe weit das zu Ende des Geheimdienstes. Ja,lingt nichts zu Ende des Geheimdienstes. 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 Ach, da stand er. Ein bisschen Mira-Spanzer. Ich hasse sie als Gegner, ne? Das muss ich erst mal was kennen hier. Perfekt, bleib stehen. Das ist mir scheißegal. Mit, komm, mit, komm. Da stehen auch ein paar Dunkeltürme rum. Na, ein paar müssen nach oben bleiben, um die Bereiche zu beschützen. Es geht jetzt nicht darum, die ganzen Basen zu zerstören. Es geht aber nur darum, die ganzen Antennenanlagen zu zerstören. Das sind nur zwei Stück. Kann auch mal ein bisschen nervig werden. Ach, da ist die Drohne. Perfekt. Ein EGS-Kreuzer. Oh, fahren die Affen schon wieder hin. Ich hasse es, was die tun. Meine Güte. Ja, macht die Drohne auch noch kaputt. Kann der Drohne nicht mehr, aber was die mal machen wir. Kann der Drohne nicht mehr. Was ist das? Der Drohne nicht mehr. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Der Drohne nicht mehr. We are armed, at once comrade, let's keep up distance, non-commit. Na ja, ich muss gucken, wie ich hier landen kann, da muss ich die Prisma-Timmer zerstören, kommt mal mit hier oben hin, diese EMP-Klamotten hier. Ist da noch irgendein Kosmatom, ich muss das mal abwarten. Perfekt aufgedeckt, wie immer. Diese Scheiß-Timmer, sie interessieren mich in den Dreck. Komm, komm, mach Druck, richtig Druck machen. Was ist da oben los, verdammt nochmal, ey, geht mir auf den Sack, wie hier unten vernünftig kämpfen und hier nervt man an der Tour. Kann man nur so viel Scheiße in der BN haben. Natürlich. Natürlich. Jungs, willst du mich verarschen? Bisschen Geld abzocken hier. Jungs, willst du die Helikopter mal hinfliegen, ne? Jungs, willst du die Helikopter mal hinfliegen, ne? Ich mach's, das ist ja knapp. So, ich denke, es ist knappt. Die Art und Akkorde haben wir die Untertitelung des ZDF für die 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 ZDF. Das machen Immer Druck, Druck, Druck Das braucht der Gegner Ja fliegt ruhig noch viel weiter rein Ihr seid auch so Hier riss ich Das könnt ihr nicht aufhalten Zack, down Durch Ja sehr schade Die Mission hat so viel Potential Meinerweise müsste das dritte Missionsziel sein Zerstören sie die restliche alliierte Einheit oder Einheiten Auf dieser Karte sind insgesamt drei Fraktionen Also drei alliierte Truppen sind hier Ja und wir müssen nur die Antennen kaputt machen Naja sehr schade Ja gut So ähnlich kann man es machen Wenn du schon mal Bescheid bist Dann würde ich mal sagen Vielen Dank fürs Einschalten Bis zum nächsten Mal Und bis dann